Hi Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ist wieder Montag, das heißt es gibt wieder ein neues Video für euch. Heute mit meinem Mann, mit meinem Tobias. Heute werden wir zwei zusammen nämlich backen. Wir werden euch einfach mal mitnehmen und werden ein bisschen was für euch backen. Ja, ich habe da ja auch unglaubliche Fähigkeiten und ungeahnte Talente. Ich werde euch zeigen, was ich hinbekomme. Ich kann ein Ei aufschlagen, das ist schon mal soweit. Gut fürs Backen und den Rest zeigst du mir, den lerne ich davon. Wir machen auf jeden Fall jetzt schöne Plätze. Wir backen ein bisschen was, haben ein bisschen Spaß. Wollten euch mitnehmen, euch damit so ein bisschen auch in weihnachtliche Stimmung versetzen. Das ist somit auch eigentlich so mein erstes richtig weihnachtliches Video, würde ich jetzt mal behaupten. Also dieses Jahr nicht generell. Was ist denn da am Weihnachten? Backen? Was, wir wollen es auch immer machen? Nein, mit dir zusammen Plätzchen backen. Das stimmt nicht. Wenn ich dabei bin, dann ist das weihnachtlich. Also ich würde sagen, viel Spaß beim Video. Lasst gerne dem Video einen Daumen nach oben da. Und ab in die Küche. Ab in die Küche jetzt. Schatzi, das Back-Tutorial starten. Machen wir ja immer für Kuchen. Wir backen keinen Kuchen. Tobi, wir backen Plätzchen. Achso. Das erste Mal als Ehepaar werden wir zusammen Plätzchen backen. Ich finde, man kann das auch nochmal extra betonen. Ach doch, als Ehepaar. Ja, als Ehepaar. Als Ehepaar. Ich finde, man kann das auch gar nicht oft genug betonen, dass man jetzt doch geheiratet hat, oder? Ja. Das erste Mal zusammen einen Lappen nehmen, einen Kochlappen. Das erste Mal zusammen einen Löffel nehmen. Ein Nudelholz. Was beiseite, wir werden heute ein paar Plätzchen backen. Als erstes waschen wir die Hände. Sobald im Laufe des Videos eventuell der hier rauskommt, es ist auch immer ein Foodbaby. So viel das. Ich bin nicht der Vater. Finn. Der Kühlschrank ist der Vater. So, Hände gewaschen. Ja. Und die Skills sind auch am Stütteln. Die Skills? Ja, die Backskills. Was lehnt es mit der Farbe? Wir brauchen kein jedem. Alter, die Plätzchen müssen cool aussehen. Das ist das Rezept. Wer will nochmal 500 Gramm Mehl? So, aber guck mal, das ist typisch Mann. Er sieht einfach nur die Zutaten. Ich blende euch das Rezept jetzt hier einmal ein. Es fängt immer alles mit Mehl an. Es fängt immer alles mit Mehl an. Da ist das Rezept. Typisch Mann, natürlich sieht er das Rezept und am liebsten Schüsse nehmen und alles rein. Ist nicht so. Nein, das ist viel komplizierter. Und zwar der Arbeitsaufwand beträgt 40 Minuten, eine Stunde Ruhezeit, Schwierigkeitsgrad normal. Was heißt nicht eine Stunde Ruhezeit? Die können wir ein bisschen halbieren. Das Mehl mit dem Backpulver mischen. Shit, er hat doch recht. Das Mehl mit dem Sohn aus. So, das heißt... Ah, 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 du lässt mich auch mal... Falsche Fisse, falsche Fisse. Nein, nein, Ruhe bitte. So, okay. Ja, der... Der Mann noch nie im Maage beginnt. Eine Tüte Backpulver. Oho, wo haben wir das denn gelernt? Dass man eine Kuhle in die Mitte macht. So, Zucker. Vanillezuckersalz und Zitronenabriegen. Also meistens ist es so, man verwischt das mal... Ja, das habe ich jetzt dazu gepackt. Ne, Vanillezucker, stimmt. Eine Packung, genau. Bei mir muss immer Vanillezucker mit rein. Genau. Zitronenabriegen. Dann kommt Salz und Zucker. Zucker kommt 325 dran. Salz. Und eine Prise. Und hört eine Prise an. Focke. Hä? Was die ganze Zeit ist rascheln hören. So, und 125 Gramm Zucker. Ja, und Zitronenabriegen. Der kommt auch noch mit rein. Aber erst mal die Koppel pro Tag. Hier ist die Zitrone, also eine Prise. 125 Gramm. Mhm. Punkt, genau. So, Achtung. Und jetzt brauchen wir hier ein kleines Zusatzgerät. So. Oh, okay. Wundervoll. Wow. Finn, was geht bei dir da unten? Finn guckt uns zu. Der ist heute... Der Finn läuft. ...fleißig... ...und zugucken. So. So. Ist das dein Ernst? Wo ist denn die scharfe Kante? So. Ja. Du hast doch voll sinnlos gemacht. Nein, guck mal. Ja, das ist ja auch eigentlich... Ist das was anderes. Aha, also hab ich mir doch gedacht, dass es was anderes ist. So, Leute. Da Tobi, Team Tobi, natürlich immer recht hat, ähm... Ich würde jetzt gerne diesen Hashtag wirklich sehr oft in den Kommentaren lesen. Danke. Sie sind heute eigentlich vom Backen ausgeschlossen, denn sie sind auch zu unfähig, die Kamera zu bedienen. Äh, gab es eigentlich die Szene, wie wir, ähm, Zitrone... ...oder Zitronenabrieb brauchten? Ähm, das war eigentlich sehr lustig, weil Maren hat mir keine Reibe gegeben, sondern hat mir so ein Stück... ...kein Plastik gegeben. Und danach kam das Ei. Das hat man gesehen. Ja, und danach kam das Ei. Und naja, jetzt ist der Teig kein Teig, sondern eigentlich... ...Puröse. Samt. Nein! Ach man, ganz ehrlich, das ist so unfähig. Und Maren kam jetzt gerade auf die glorreiche Idee. Wir haben keine Butter mehr, weil, naja, zum Backen geht man halt nicht einkaufen. Deswegen... Doch, wir haben Butter! Aber lass uns doch mal ein bisschen Öl reinbauen. Nein, wir haben... Wo hab ich denn das Öl? Keine Ahnung. Ja. Warum nimmst du die nicht? Nimmst du nicht? Nimmst du nicht. Ach so, weil du zu faul bist. Du bist die jetzt wieder warm zu machen, ne? Ja. Habt ihr das gesehen? Mit dem Warm machen? Nein, das haben sie auch nicht gesehen. Noch mal in der Speicherwaffe. Das mit dem Warm machen haben sie nicht gesehen? Quatsch! Nein! Ey, Maren? Doch, haben sie es gesehen? Doch, haben sie es gesehen? Nein, haben sie es nicht gesehen. Ihr habt die Butter auch nicht gesehen. Maren kommt mit einer Metallschüssel an und sagt... Oh, das ist zum Kotz, das ist gar nicht so... Ich mach die jetzt in der Mikrowelle warm. Geht das überhaupt mit einer Metallschüssel in der Mikrowelle? Sag ich, hast du schon noch dabei zugeguckt, wer Metall in der Mikrowelle ist? Schatzi, dann musst du merken, musst du ihn richtig kneten. Mach ich doch. Guck mal, der bröselt doch. Warte, ich mach grad meine Brust. Wir sind so richtige Backexperten. Ja, hast du die Zahnspange drin? Weißt du, was wir jetzt noch machen? Wir geben jetzt noch ein bisschen Ei dazu, oder? Oder wir müssen einfach mehr kneten. Was passiert, wenn man Wasser dazu nimmt? Weiß ich nicht. Das wird nichts. Das ist Katastrophen. Ganz ehrlich, alles, was mit mir im Moment ist, ist Katastrophe. Oder jedes Video, was Maren für ihren Kanal dreht, ist Katastrophe. Nein, das ist gar nicht. Als erstes kann ich auf einmal nicht mehr einkaufen gehen für dich, obwohl ich es mal so gut gemacht habe. Weißt du, so... Was machst du da? Tobi, zeig mal ein bisschen Geschmack. Jo, richtiger Fail. Ich weiß nicht, ob das jetzt so schlau ist. Wir machen jetzt noch ein bisschen Butter drauf. Vielleicht sollten wir den einfach mal zusammen auslegen und mit Nudelholz drüber rollen. Nein, du musst ihn ja erst mal kneten und dann in den Kühlschrank rühren. Ach so. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, Fragen am Maren zu richten. Oder ich mach es einfach mal. Mhm. Was ist für dich das Schönste an Weihnachten? Mit der Familie zusammen zu sein. Okay, wir machen jetzt zackige Fragen, okay? Okay, zackig. Was wünschst du hier zu Weihnachten? Gutes Essen. Okay. Wer kocht an Weihnachten? Mama und ich. Und ein bisschen deine Mama und deine Oma. Okay. Du natürlich wieder nicht. Erzähl uns doch mal etwas von der Weihnachtsgeschichte. Wie ist das damals passiert, als Mose übers Wasser gelaufen ist mit einem Tannenbaum in der Hand? Der Tag ist fertig. Sauber. Super. Jetzt. Ich hab das schon probiert. Gar nicht süß. Ja. Ziemlich salzig. Nein, verarschst mich. Das will ich dir probiere ein Stück. Ich hab die Zahnsperre drin. Mh, lecker. Super Plätzchen-Teig ist das hier. Leute, kommt alle vorbei. Kommt alle vorbei zum Plätzchen essen. Tobi, so viel braucht es nicht. Jetzt befinden wir uns gleich in der Zeitplase und wir sehen uns in genau einer Stunde wieder. Tick, tack, tick, tack. So, eine Stunde später. Wir haben den Teig jetzt rausgeholt. Er konnte ein bisschen ruhen und das Zaranfeld ist auch frisch geputzt. Und jetzt? Wir werden das wieder einsauen. Super. So, jetzt ein bisschen. Warte, genau. Es reicht schon. Weil der Teig ist schon seit Tobi. Okay. Aber ich sage, es reicht schon und Tobi macht einfach noch mehr. Aber ich komm mir vor wie so eine Backanfängerin. Aber hängt's nicht auf dem Zaranfeld, sonst platzt das. Man macht das von nachher nicht auf dem Zaranfeld. Wir werden dafür besteinigt von den Leuten. Ja, ach, dann macht man's auch nicht auf dem Zaran-Kochfeld. Und wir haben uns dann dazu entschieden, weil wir ja auch mit diesen ganzen Dingern da arbeiten, mit diesem Metall, dass wir dann doch mal eher hier auf die Arbeitsplatte gehen. Tadam! Also, aufstechen lassen ist es echt gut. Okay, also da bei mir sind noch die Füßchen dran. Soll die Kacke, Manno. Nimm doch einfach Manno-Manns-Plätzchen weg. Ja, warum liegt das denn dann hier? Oh, nimm den Weihnachtsmannschema. Ja. So, ich hab jetzt gerade mal was gelesen. Und zwar gibt es eine Möglichkeit, das Ganze ein bisschen zu retten. Es gibt Möglichkeiten, es zu retten. Und zwar, dass wir die Plätzchen, damit die auch ein bisschen saftiger werden, jetzt einfach mit einer Butter-Zucker-Mischung so ein bisschen einkinseln und dann halt in den Ofen packen. Den Ofen hab ich jetzt gerade so angemacht. Der hat 175 Grad Ober-Unterhitze. Ja, und jetzt gucken wir mal, dass wir hier noch den restlichen Teil gerade verarbeiten. Muss nicht immer alles perfekt sein. Wie Mutti man sagt. So, wir haben jetzt hier die Butter. Ich hab jetzt einfach so zwei, drei Esslöffel genommen. Und da gebe ich jetzt noch Zucker in den Schuh. Nicht zu viel. Düm, 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 düm. Sehr schön. Schatzi, die Plätzchen sind nicht giftig. Die kann man auch anfassen. Gibt dir das Spaß? Ja. Ja. Bure Begeisterung im Tobias Gesicht. Jetzt kommen unsere schönen, leckeren Plätzchen. In der Hoffnung, dass sie was werden. In den Backofen. Ja, ich muss nachschauen. Jetzt kommen die erst mal mittlere Schiene. Hab ich die jetzt reingepackt. Ich hoffe, dass sie was werden. Bitte lasst diese Glasur, die ich da draufgebackt habe, was bringen. 8 bis 12 Minuten, je nachdem. Da würde ich mich nicht darauf verlassen. Schaut auf jeden Fall nach, weil jeder Backofen ist irgendwie ein bisschen anders, habe ich das Gefühl. Die Plätzchen sind fast fertig. Jetzt vorbei ist es auch schon wieder mit dabei. Hallo. Und jetzt machen wir die Puderzucker Zitronenblatt. Okay. Plätzchen draußen. Plätzchen draußen. Wie streichen wir das jetzt drauf? Wir müssen noch ein bisschen, glaube ich, das flüssiger bekommen. Ja, ja. Wir müssen das drauf tropfen lassen, oder? Ja, du kannst es mit dem Pinsel drauf machen. Nein, Schatz, zu viel. Ja, so passt. Ja, siehst du? Zu viel. Einfach mal einen Turbikall drauf. So, Tobias bepinselt. Wie er sich einfach sträubt, seine zweite Hand zu benutzen. Die sind heiß, die Dinger. Man sollte sie eigentlich abkühlen lassen, glaube ich. Aber ja, deswegen werde ich heute jetzt auch nicht meine zweite Hand benutzen, weil sonst verbrenne ich mir auch die Pfoten. Boah, die sehen so richtig geil karamellisiert aus, ne? Zuckerguss? Ne, das hier so, wenn da nicht der Zuckerguss drauf ist. Der sieht so richtig so, so, aah, so richtig geil. Was war das? Ich spiel mit dem Fokus grad. Du musst jetzt wirklich einen Satz zeigen, Schatz. Also, warte, warte. Nein, noch nicht, noch nicht. Tobi. Tobi. Oh Mann, nein, das sieht kacke aus. Mach weiter. Warte, du musst mir zwei Sekunden immer Zeit geben zum Einzelnen. Okay, was haben wir noch? Ne. Was ist das? Was ist das? Ja, du hast das drauf gemacht. Ganz ehrlich, wir haben es echt sportlich ernst genommen am Anfang, ne? Ja, aber jetzt ganz ehrlich, nachdem der Teig so kacke geschmeckt hat, hoffe ich einfach nur, dass es jetzt nicht ganz katastrophal geworden ist. Weißt du was, wir lassen einfach Emrah probieren. Jawohl, in New York oder was? Klar. Unser Meisterwerk. Ich glaube, jedes dreijährige Kind kann besser backen als das hier, ey. Leute, es ist verbracht. Die Klätzchen sind fertig. Sie gewinnen keinen Schönheitswettbewerb. Auf das Back-Tutorial. I don't know, aber wir versuchen es jetzt mal. Stop, 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 stop. Warte, also ich habe ein Herzchen, was hast du? Einen Engel. Einen Engel. Okay, wir beißen es mal rein. Und ganz ehrlich, weich sind sie. Mhm. Ich würde sagen, ein bisschen zu trocken. Die Glasur ist schön sauer. Ja, du hast immer mehr da reingekickt. Ja, du darfst mal Wasser nehmen. Die Kekse sind gut. Was gibt es für eine Note? Von... 1 bis 6. Von 1 bis 6 Schulnoten. Wird dir eine 3 plus geben? War so eine 3? Nee. Ja, mal eine 3. 3, 3 minus 2. 3 minus 3. Ja, also wenn ihr das gerne mal nachbacken möchtet. Das Rezept habe ich euch eben eingeblendet. Mhm. Vielleicht habt ihr mal Bock mit eurem Mann, mit eurem Kind. Das kriegt bestimmt besser noch Plätze hin als wir. Ganz ehrlich, dafür hat es noch mehr Spaß gemacht. Ja, kann ich auch. So Leute, das war unser Backvideo für euch. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir gerne in die Kommentare einfach mal einen Kommentar. Seid nicht alle zu streng mit dem kleinen Tobias. Weißt du zufrieden? Ja. Kann ich ja jetzt noch nicht sagen, weil das Intro ist ja voll. Das hat uns ja voll gedreht. Hey! Na und? Dafür, dafür, dafür. Für die Ehrlichkeit muss ein Daumen nach oben da sein. Ja, das Licht geht sonst weg, sonst sieht es scheiße aus. Wir haben genau vor 2 Minuten das Intro gedreht. Also Daumen hoch dafür. Hey, ich kann super wacken! Oder hab ich doch schön gemacht, Schatz, oder? Ja, hast du ganz toll gemacht. Danke, danke, danke. Richtig, richtig super. Nee, Spaß. Wenn es euch gefallen hat, das Video und wenn ihr Videos mit Machen zusammen haben wollt, dann werde ich für euch in der kommenden Zukunft mehr drehen. Das Verlortung. Macht's gut. Also, viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Achso, und vergesst nicht abzustimmen, welches Video als nächstes online kommen soll. Und vergesst die Verlosung nicht auf Marens Instagram. Genau, auf meinem Instagram. Und auf The Daily Wolves. Also schaut da auch vorbei. Links in der Infobox und hier alles verlinkt und jetzt wird's dunkel. Bye. Tschüss.